Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Knife Unboxings. Heute ist die Folge 8, Numero 8. Und es gibt wieder zehn Kisten. Heute haben wir die Spectrum Kisten. Ich habe ja auch im letzten Video erwähnt, dass ich dazu die Kisten hinbeliegte, beziehungsweise, dass ich die aufmachen werde. Und ja, ich hoffe, heute kommt das Knife, weil jetzt wird es dann schon bald traurig. Mal schauen, gleich die erste Kiste. Und es läuft. Das leckt ein wenig oder kommt das gerade nur so vor? Auf jeden Fall ist es mal ein Blu. Ich sehe auch nicht zu blass aus. Also heute habe ich noch mehr Licht. Also ich habe zwei Stufen bei den Softboxen. Und dachte mir, ich probiere heute mal mehr Licht, damit das vielleicht mit Greenscreen besser hinhaut. Da war der wirklich komplett weiß. Ist auch scheiße. So weiß bin ich ja gar nicht. Ich brauche auch nicht. Ich brauche Initiativen. Und Rescreen hat die irgendwie auch noch kein Vieles Mal. Minimal assistiviert. Hm, hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm. Hm, hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. ich der Schlüssel plus Kiste fast wieder erinnern oder so umfassend geht diesmal nicht so schlecht die M4 wäre wieder nice die habe ich ja schon mal gezogen in irgendeiner Episode weil ich nicht mehr welche das war aber jetzt die AK wäre mega die USPS würde ich aber auch nehmen also ich habe zwar die Kill Confirmed aber mal abchecken wie der in game aussieht also 3x blue ich glaube ich muss mal wenn ich einen T-Souvenir wieder machen wo ich mehr als 10 Kisten auf mache weil normalerweise mache ich mehr als 10 Kisten auf und da kommt halt doch bessere Sache 10 Kisten kaufe ich wahrscheinlich immer die gerade die wo als das blusit kommt und dann bekommt man einen reißen Kisten wie ein anderer beziehungsweise wo man halt einen nice stuff bekommen kann und der erste Purple Skin so bis jetzt ist das ja nicht nice die Hälfte hätten wir schon nochmal das knife reiben irgendjemand hat sich ja gewünschen dass in der nächsten Episode ist ja die Waffen Kisten es gibt es auch wieder drei Stück davon also drei verschiedene Modelle also Waffen die werde ich wahrscheinlich dann im nächsten Video auch machen ich wollte heute einfach mal die Spectrum Kisten anscheinend war das ein Fehler da kommt nichts man muss belieben man muss in das knife rein belieben man muss in das knife rein belieben was soll ich die Kart rein hart rein belieben ja dann kommt die Blueprint wohl auch nicht was ist das jetzt in der Muse mal was kommen 80 Kisten was ist jetzt los hallo 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 geben fickt mich was soll das was ist da los was ich jetzt ziehe ich die ganze Zeit eh schon so Bullshit und jetzt das hier oder was ich glaube ich muss das Game neu starten ich glaube ich muss das Game neu starten ich weiß nicht ob das was hilft hab ich probier's mal also nö bin so Zedroflen wieso das hallo Alexander an Steam wo ist das Problem wo ist das Problem sowieso hallo das ist Steam down oder was anscheinend funktioniert es jetzt wieder zwei Kisten hatten wir noch angeblich wow jetzt ist es nur noch eine Kiste ich werde nicht oder doch hallo das macht ja keinen Spaß was ist das habe ich jetzt den Skin gezogen also habe ich jetzt zwei Kisten oder eine oder weiß ich jetzt schon was ich jetzt ziehen werde warte mal jungs das macht mich fertig mein Mikrofon verstellt sich Steam spackt meine Kamera spackt was ist das heute so dann machen wir halt Wetter auf oder so also legt es doch mit einem Opening oder nicht irgendwas irgendwas ist da gegen die dreht mich gerade richtig hart und dann zieht er noch die AK vorbei und dann kommt wieder nur was ist das neee ich glaube das war jetzt mit Abstand das schlechteste Case Opening was ich jetzt schon die acht Episoden gemacht habe noch einmal blau einmal violett sonst war immer einmal rosa dabei also der Standard einmal rosa einmal violett der Rest ist blau oh mein gawd ja na gut es ist keine Ahnung Steam ist down es läuft nichts Cisco wenn nicht läuft also ja war halt jetzt heute nicht gerade ein Glückstag wobei heute vor einem Jahr habe ich einen Knife gezogen und anscheinend habe ich eben heute nicht das Glück ja gut das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video könnt ihr mir einen Daumen nach oben lassen wenn es euch gefallen hat schreibt mir in die Kommentare welche Kiste ich beim nächsten Mal aufmachen soll also ich werde wahrscheinlich eh die Waffenkiste aufmachen vielleicht hat jemand andere Vorschläge oder Wünsche ansonsten lasst mir ein Abo da um keine weiteren Videos mehr zu verpassen und dann sage ich euch auch Ciao und bis zum nächsten Mal Euer Alex den ganzen內 des über die die den ganzen den ganzen die den ganzen den ganzen den ganzen den ganzen den den ganzen die Bis zum nächsten Mal.